Die Kirche hat schon wesentlich absurderer Vertreter Gottes verkraftet. Entschuldige, ich muss da jetzt unterbrechen, weil ich nicht weiß, wie die Szene weitergeht mit einer offenen Hose. Und vor allem, wenn es kratzt, wenn sie nicht kratzen. Oh, bin ich jetzt nicht, Herr Lenz? Nee, Entschuldigung. Ja, ich bin nicht. Oh, mein Scheiß. Erwartest du, dass Frau Doktor dich nach dem Abendessen kaufschlägt? Da habe ich den ganzen Tag dran geübt. Also, zuerst den Gelb, dann Rot, Rot. Oh, nee, da ist Gelb gefallen. Also, ich meine, ich soll es ja nicht können, aber dass es so dumm aussieht, wäre ein bisschen was. Das glaube ich doch nicht. Wer kann das denn? Ich weiß nicht, jetzt waren sie zusammen, so eine Scheiße. Ich bin nicht für ein Zaubern geboren, ich bin überhaupt nichts für mit Händen geboren, ich bin nichts gemacht. Lukas, berühmte, noch einmal. Einfach nicht so fotografieren lassen dürfen. Wenn ich wüsste, wie es weitergehen würde, wäre es so. Wenn schon, dann höre. Du wirst staunen. Ich werde staunen, wenn sie gelingen. Du hättest da noch einen Satz gehabt, Vater, aber ich komme noch mal. Mein Sohn, wenn du eine Hauptrolle in einem Stück von Schitzwürr bekommst, werde ich nie wieder deine Schauspielerei kritisieren. Kuckuck! Wenn du eine Hauptrolle in einem Stück von Schitzwürr bekommst, werde ich nie wieder deine Schauspielerei kritisieren. Kuckuck, du bist Zeugin! Das wird nichts mehr. Mein Vater, er weiß manchmal nicht, was er tut. Was hat er? Könnte Alzheimer sein. Ich könnte Alzheimer sein. Wo ist der von sich? 90! König Unterdam. Unterdam König. Hast du dir eigentlich mal das Haltbarkeitsdatum auf dem Hackfleisch angesehen? Nein, du? Ich kann es nicht genau lesen. Es ist in Keilschrift. Na gut, dann gehe ich raus. Ah, nein. Narbenfrauermacher. Was hat zu deiner Information? Ich bin wahr und werde immer sein anbeginn. Narbenfrauermacher. Ich weiß, 20 Jahre! Ist er voriges Geburtstagskindes? Der Bruder. Ach, der Bruder. Ist er nett? Ja. Und sonst? Nett. Ist er in deiner Klasse? Nein. Lisa, das ist doch kein Gespräch. Ich muss sehen, wie die Schneiderin mit meinen Entwürfen klarkommt. Als sie sie das erste Mal gesehen hat, ist sie kollabisch. Nein. Schau ihn! Schau ihn! Schau ihn! Schau ihn! Schau ihn! Schau ihn! Es ist Ludwig! Es ist Ludwig! Es ist Ludwig! Sie! Feister Vorgartenzwerch! Harry, holst du mal den Wagen? Ja, Stefan. Ich hol schon mal den Wagen. Schön, dass du schon mal den Wagen holst, Harry. Mach ich doch gern, Stefan. Du bist der beste Papi, der es überhaupt gibt. Ja. Du bist der schlechteste Vater, der es überhaupt gibt. Oh. Ruh, 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 ruh. Ohne, du weißt schon, ne? Gäbe es dich gar nicht, ja? Deine Eltern hatten mit Sicherheit, du weißt schon. Ja, na gut, sie hatten einmal. Was sie sich vom grünen Punkt alles einfallen lassen. Ich mag Jazz. Sie auch? Jazz. Liebe Jazz. Ach, arme Jorgen. Verzeihen Sie. Ist das ein Perug? In fünf, vier, drei, zwei. Wir gehen. Wir gehen. Mh-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020